Der General sucht schon ewig danach. Wir kriegen Gesellschaft. Wer erteilt euch die Erlaubnis, den Helm abzusetzen? Entschuldigt, Captain. Piu, 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 piu. Nimm du das. Bei dir ist es sicherer als bei mir. Die Karte zu Skywalker. Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Sie ist in einer BB-Einheit. Wenn er auf Jakob ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Woher kommst du? Tito, er will sicher deine Bauteile. Du kannst bei mir übernachten, aber danach verschwindest du. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Hör mir zu. Wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich hilf dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Wow, das Ding geht voll ab. Das ist nicht gut. Oh! Ja! 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 Oh! 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 Gib die Hoffnung nicht auf! Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Diese fünf Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Das ist mit dem Droiden. Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Verschwinden wir von hier. Au! Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff füßt ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon. Nein! Das gehört mir! Halt dich bereit! Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein! Hä? BB-8 festhalten! Wird die Schilder aktiviert? Ich gehe jetzt unter! Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Wow! Hilf mir damit! Stell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der Ersten Ordnung zu fliegen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8. Sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Es ist die erste Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Wo hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. An Solo! Wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BB-Einheit. Die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertür in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banken in der Falle. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Acht auf den Schub. Wir verschwinden hier mit Lichtgeschwindigkeit. Festhalten! Festhalten! Informiert die erste Ordnung, dass San Solo den Druiden hat, den sie wollen und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Warte. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Geh, beaufsichtig die Vorbereitungen. Geh, beaufsichtig die Vorbereitungen. Geh, beaufsichtig die Vorbereitungen. Oh Mann. Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Druinen für mich zu Leia bringen? Hm, nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Nein! Komm zurück! Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Die mehrste Ordnung war es. Wo ist Gray? Wo hast du es her? Nimm es. Finde deine Freundin. Diese Bestien. Sie sind hier. Lass mir nicht mal ein Wahnsinnspilo. Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergess den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich hab ihn gesehen, Lea. Ich hab unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf Dakar. Dort können wir weiterreden. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen. Aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finsbericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Wir besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals. Warte hier. Diese Schrott-Sammlerin hat dir Widerstand? Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelang. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Oh! 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 Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird das für uns. Die Schilde! Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Was machen wir mit dir? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind offen. Wir sind fast da. Beschießt das Ziel. Konzentriertes Feuer. Nehmt so viele andere Schilder. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Mein Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Danke. Feuert auf das Ziel. Gebt alles, was ihr habt. Schwarz 1, in dem Generator ist ein riesengroßes Loch. Wir haben's geschafft. Die Generatortüren sind offen. An alle Staffeln. Ich gehe rein. Die Generatortüren sind offen. Zum Folgen geht's da lang. Verräter! Dieses Lichtschwert. Es gehört mir. Du brauchst einen Lehrer. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen. Eben, das Handy geht's. Oh! Los. Oh! Ah! 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 Ich frage mich, was in ihn gefahren ist. Ah! AB2 hat womöglich dringend benötigte, gute Neuigkeiten. Sag sie mir. Ja, alles klar, Kummer. Warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke. Ich fliege. Mit Chewie und dem Falken. Ich werde Luke finden. Ich schwöre. Ich warte mit. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018